Das Telefonieren wird aller Voraussicht nach Anfang der 80er Jahre für alle Gespräche im Nahbereich zeitlich begrenzt. Offen ist allerdings noch die Dauer einer Einheit. Ein Sprecher des Bundespostministeriums betonte heute dazu, der Zeittakt werde nach Auffassung von Minister Gscheidle nicht unter acht Minuten liegen. Die endgültige Entscheidung über die Dauer einer Einheit soll Ende des Jahres getroffen werden. Dann liegen die Erfahrungen von sechs Modellversuchen vor.